Hallo und herzlich willkommen Ladies and Gentlemen zu einer weiteren saftigen Episode Rainbow Six Siege Ranked. Heute auf der wunderbaren Map Chalet. Genauso wunderbar sind meine Mates. Hieschweid, The Man, Noeim und unser Gollum des Vertrauens. Hallöchen Sky und Hallöchen Freunde, was geht? Hallo. Der Ball wird's mit Gollum, weil er hat den einen Ring bekommen und jetzt läuft er durch die Gegend. Einen Schaden. Den einen Ring. Der ist wesentlich besser als der andere Ring. Der ist der eine Ring halt. Digga, was spiele ich jetzt? Doki ist weg. Hieschweid, die reden über Cockringe. Ja, deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher. Der ist der andere Ring gewesen. Das ist der andere Ring, genau. Der hat einen Cockring bekommen, deswegen. Er hat einen Ring um seine Eile. Also die Gegner haben sich selber, die Gegner haben sich selber Bandit rausgenommen. Er schnült ihn ein und das Tode wie Oweil. Oben. Und mach ihn geil. Ja, ist gut jetzt. Topfloor. Ich bin nicht hier genannt. Das schweige ich mich auch gerade. Das ist so, Aris und ich so, wenn Wellenlinge. So. Ja genau, wir sind beide. Wenn du willst, No Aim, spiele ich auch Hibana. Wenn du möchtest. Ja, dann spiele ich Hibana. Alter, Starbucks hat schon irgendwie was geiles. Mal Hashtag mit Seite Werbung irgendwie. Richtig geil. Kann man sich nochmal reinzwirbeln in die Rüstung. Ah, da ist ein Doc. Ich hab einen Karamell-Frappuccino genommen. Ja, was steht Frappuccino mit Kaffee und Sahne und Venti? Guck mal. Oh, das ist wirklich Essenhauer. Ja. Hi. Hi. Du kannst tagtäglich trinken. Ich hab mal versucht, das Ding selber zu machen und hab dadurch mal Mietzahe gespürt. Ja, klar, Digga. Spawnpick, der Doc. Kann man Eis mit mir schreddern, aber ging nicht. Das war kackt. Also, the preacher is gone. Hello. Hi. Lara, wo bleibst du eigentlich? Alter, lass dir noch ein bisschen mehr. Halt gespawnt. Ja, supi. Warte, war Blitz gebannt? Äh, nein. 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 Ich hätt ein bisschen Bock, später Blitz zu spielen. Cool. Ja. Kann man mal anbieten. Ah, hier ist ein Nierer-Wunder. Ah, jetzt ist es weg. Das ist aber schammernd. Oh, da war auch ein Kopf. Der ist jetzt auch weg. Oh, die haben Maestro. Machst du ein Ace? Weiß ich nicht. Was mach ich hier? Meine fressen Maestro. Gebt mir auf den Sack. Mach ein Ace jetzt. Hallo. Ja. Na, Uni bei der Haft vor dem Office. Da haben wir eh noch genug Zeit, ne? Ja. 1,20 habt ihr noch. Easy. So, hier habt ihr mal... Soll ich die Kamera halten für dich? Achso. Ich muss den Diffuser eh holen. Also wie gesagt, Haar voll. Mhm. 1 Meter. Ich weiß nicht, ob ich hätte auch über diese Steine springen können. Geht das da rüber? Ja. Ja. 50? Ja. Mhm. Ah, ihr hört mich, der kleine Sack. Entschuldigung. Alles gut. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, eh nicht. 35, Leute. Achso. Der letzte weiß ich nicht. Mal jetzt wo. Macht irgendwo ein Schimmel, Heinrich, der Maestro. Ja. Fischer Planted. Durchgezogen. Feierplace geht, ähm, geht Library Stars hoch. Ja, dann hat, äh, nur eben den... Ich bin ein gottloser Bastard. Hey. Wo? Wo? Wenn ich einfach wusste, wo du bist. Ja, das Ding ist, das Ding ist, äh, nicht. Der Cam ist weg. Longarm. Ja, komm. Ja. Alter. Weiße. Oh mein Gott. Das war, äh, knapp. Ja. Das war Arsch. Ei, ei, ei. Aber hat funktioniert. Oh mein Gott. Oh Gott. Lass mich diesmal nicht von dem, von dem Dock holen. Hallo? Also, ich sag ganz ehrlich, ich dachte, ich darf jetzt gleich den Ace aufnehmen, ne? Also, ernsthaft. Was für geile Runde. Ja, ich musste den Diffuser holen. Ja, alles gut. Das war Under Key. Zeit ist uns leider da sehr in den Nacken gerückt. Das heißt, ein Kill muss definitiv noch fallen. Ja, alles entspannt. Hat ja gepasst. Gute Teamleistung wieder. Hallo. Hat zwar kein Ace, aber ein Knife Kill. Ein 4-Kill. Ja. Knife Kill und 4-Kill. Yes. Ah, gehen Sie wieder nach Hause? Äh, ja. Unten ist niemand. Basement ist hier. Vigil. Äh, die. Ja. Vigil, ey. Äh, ich spawn bei euch, Aris. Ja. Ähm, ich werd mein... ...Stuff da auf, äh... ...Solar durchziehen mit Außer. Vigil ist, äh, West Main Entrance, also dahin gelaufen. Ist unten. Ohne Lobby hab ich. Ach, glaub da unten war grad noch der Dock. Ja. Richtung Kitchen. Ja. Da könnte sein, dass der Kitchen, äh, peekt bei... Bei Fight Race. Ich vermute, dass er eher unten rausrennt, vers... Oder, äh, unten am... Am Window peekt. Deswegen lauf ich nicht unten am Window lang. Nee. Alter, wo waren die jetzt? Oben oder unten? Sorry. Oben. Okay, okay. Ich wär irgendwie gedanklich fertig. Keine Ahnung, was da abends ich ehrlich bin. Die Hedge ist offen. Die Hedge ist offen. Puls. Na gut, passiert. Puls ist halt... Ich hab null... Halter, 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 Sarah. Null aufgepasst. Oh, die sind zu zweit da. Doc ist auch dort. Ja, ich weiß. Deswegen will ich eigentlich, dass da unten jemand... Ja, ich bin hier. Die haben halt die Hedge aufgemacht. Das ist unangenehm gewesen. Mh-hmm. Einer müsste Piano sein. Hä? Oh, er ist hier oben. Er ist hier oben. Oh mein Gott. Na, hab ich ihn? Hab ich ihn? Gehittet? Oh. Oh, von hinten. Oh mein Gott. Ja, weil der... Ey. Ey, Mann. Alles gut. Es war halt so klar, dass sie irgendwie ekelhaft wieder spielen müssen. Hä? Was... Was macht der da? Ich habe unten... Windels, äh, Main. Oder Fireplace. Ich hatte Ausschläge von Windels, Badanen unten. Ich weiß nicht, wie weiter... Ich weiß nicht, wie weiter... Ja, ja, definitiv. Das weiß ich auch. Mach das Window auf. Unten. Und dann holt es ihn hoch. Es geht Library Stairs hoch, wahrscheinlich. Hast du gesehen? Ja, der hat sich hingeguckt, ja. Library Stairs hast du? Mhm. Ja, hier im Gang. Bei dir, Peach. Im Gang. Danke, Board. Wichtiger Call. Ja, geht sehr gut. Fireplace Cam ist weg. Ich glaube, wir haben den von Piano vertrieben. Library Cam ist weg. Library Stairs Cam. Keine Cam. Die hilft. Wer da hier oben raus ist. Piano. Ja. 25. Ah, schade. Nice. Hinter der Wand, hinter der Wand. Highfall. Highfall. Ja. Ist jetzt hier Halffall immer noch? Oh, mein Aim. Junge. Hey, du musst dir unbedingt mal einen Kaffee jetzt reinrennen, dann das geht ja gar nicht. Was war das denn? Über deinen Entsuchen wollen wir auch nicht reden. Hey, ja. Okay. Okay. Wichtiger Call, Sarah, eben gerade mit Puls. Das war irgendwie, irgendwie sah es so ziemlich aus. Alles klar. Okay. Jetzt werden sie runtergehen. Jetzt wird hier gebeefht, Alter. Jetzt wird hier gebeefht, ey. Aber leider kann der Ram. Du hast, äh, nächstes Mal, wenn du da reingehst, guck erstmal, ob, ob, äh, irgendwo, äh, normalerweise guck ich da auch, ernsthaft, das war absolut reindeck von mir. Ja, normalerweise guckt der wirklich da immer hin. Ja, man sieht's ja auch, wenn man reingeht, wenn da unten diese Holzsplitter rumliegen. Ja, genau das. Aber ich hab so null aufgepasst, das war absolut dumm von mir, ey, gut passiert. Shit happens. Ja, passiert. Einmal unaufmerksam gewesen und zack, kackt. Direkt bestraft worden. Ja. Ei, mein ich, geguckt. Willkommen in der gemixten Elo. Ja, das ist scheiße, ne? So, jetzt probier ich endlich mal mein Getränk von mir. Die sind noch Basement, oder? Jawohl. Ja, ja. Mira. Tuberau. Oh man, ich will auch nicht. Ich war auch. Ey, Pischbeid, schau mal in meine Aufnahme dann. Mmm, lecker Starbucks. Mmm. Wirklich, die sind echt scheiße teuer, ne? Aber das ist wirklich... Scheiß, magst du Karamell? Das ist einfach geil. Das ist nicht so meins. Nicht? Was hast du für einen? Was hast du? Ich hab so einen Java-Chip, äh, Frappuccino mit Karamell. Aber ohne Kaffee. Wo hat der Kite die Klo hingeballert? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Kann ich, äh, dir nichts sagen. Bestimmt oben. ...vom Window gemacht haben. Ja, vermutlich, wenn meine Chemist in Lobby weg. Naja, dann machen wir das gleich mit Kadi. Ja, ist am Auto. So, diesmal ist die Hedge aber dicht. So, was sagt meine Kamera? Kamera sagt Raum clear. Ja, ja, die, die, äh, Kralle ist von oben. Warte, die mach ich eben weg. Kralle ist von oben? Glaube ich, oder? Äh, die wird von oben klein. Aber ist jetzt weg, ist jetzt weg. Okay. Habt ihr also. Ich sehe dich sehr bei dir. An dem Moment, das machst du gerade, Aris. Ich hab dir nichts. Guck mal, gerade nach oben, Aris. Also, elektrisiert ist es noch, ne? Echt? Ja. Ja, mute. Vielleicht hat er zwei hingeballert. Hat der. Hat der. Hä? Mute. Dead, is dead, is dead. Digga, zu berau, ey. Genau auf den Stairs. Fireplay-Stair. Fuck. Jetzt ist weg. War unten noch eine. Hab mies reingesackt. Jetzt ist der Breacher am Arsch der Welt. Hallo? Fireplay-Stair. Ja, ist aber durch. Peach ist gerade da. Okay, okay, okay. Also, breachen kannst du jetzt. Ja. Activating server sequence. Das ist aber nicht mal eine Runde irgendwie. War rau. War rau, war klar. Aber das geht ja trotzdem gleich weiter. Eventlich, wenn er noch eine Klau hat. Ne, ne, es waren ja beide. Peach und eine Klau. Da ist der Ping 3. Oben auf den Stairs war der. Hat jetzt hier gerade sein Gadget verwendet. Für kalte Eier. Mira ist, Mira ist dead. Oben immer noch an den Stairs. Läuft jetzt zur Bar. Er versucht dich zu umkreisen, Peach. Warte, ich hab die Kamera. Ich hab die Kamera. Er ist jetzt hallway. Hallway. Jetzt, wenn du rumkickst links, siehst ihn. Sauber. Perfekt. Richtig. Wie sieht's aus bei euch vorne? Ja, wir kommen nicht rein. Da ist ein... Okay, nur noch einer. Leute, nur noch einer. Nur noch der Kalt. Nur noch der Kalt. Maybe Blue. Nein, der ist hinterm... Mira. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Jawoll! Oder da? Nice thing. Ich glaub, ich hab die Waffe gesehen vorher schon. Perfekt, perfekt. Ja, hat er so gemacht, so... Guck, guck. Ja, ja, hat so... Peekaboo! Wie viele hab ich denn jetzt geholt? Vier, ne? Alter. Nee, drei. Aber das ist hier... Du musst drei oder vier geholt haben. Peach, das ist so deine Runde hier. Das scheiß Ding, leck mich am Arsch. Du schießt 9-1 da, ne? Hallo? Gestern lief so katastrophal bei mir wirklich. Ja, es ist so besser, dass es heute läuft. Umso besser, dass es heute doch läuft. Ja, das stimmt. Aber es sind auch wirklich Gegner, wo ich mir gerade echt manchmal frage. Also... Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber wir spielen auch gut zusammen. Die Calls sind halt echt wichtig, die wir haben. Ja. Die haben drei Platinen, ne? Das hat sich Kondor auch gedacht. Ah, das hat's bestanden. Kondor. Kondor. Da. Hast du löscht lang. Danke. Da kamen die Orks. Hast du löscht lang. Wo willst du denn eine Mira-Window machen? Hier? Das ist die linke Seite, ja, ja. Hey! Das kann sich aber auch keiner hinter Haarvoll jetzt verstecken, ne? Weil die Wand ist soft. Du hast das irgendwie gemacht. Aus nem guten Grund. Hier macht das schon. Hier war irgendwo noch ne Drohne. Habt ihr? Ja. Die ist am Onside, die kleine Ratte. Also... Also... Außer! Außer! Aus dem Baden-Window. Außer dem Baden-Window. Outside, Badezimmerseite ist frei. Ich werde gedrohnt, ich bin gedrohnt. Weiter, weiter, Sarah. Nice, haben wir. Irgendwo geht dir doch was auf. Nice. Okay. Einer ist noch da. Wir haben unten einen Zero, unten einen Zero, unten einen Zero. Okay. Wir haben einen Monty gespielt. Ja. Haben sie. Müsste man nicht eigentlich, bevor dieses Gepinge losgeht, müsste man da nicht irgendwie... Sarah, lass die Cam noch zu. Ja. Na, kürzlich kam. Äh, Bacony... Right... 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 Rechte Seite. Mein Gott. Ich lauere Bullshit. Okay. Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall jemand. Der piekt manchmal rum. Bleib in der Camp, bleib in der Camp. Okay. Ich wollte aufm anderen Spot mal gucken, weil da niemand ist. Absolut. Die sind alle nur auf der Seite. Nice. Er war richtig Fokus auf mich. Geiles Ding. Das hat so geil funktioniert. Ich hab den Defu. Noch einer. Der ist auf der rechten Seite, ne? Yes, yes, yes. Ich hab ihn grad noch gesehen. Hat Hits. Wir sind im kleinen Raum beim Masterbetten. Linke Seite. Oh mein Gott. Hast du ihn? Alter, ich hätte dir fast selber einen Headshot gegeben. Oh. Kleiner Raum, kleiner Raum. Klar, hier. Kleiner Raum. Sehr schön, mach das. Ja, nice. Noll. Sehr schön. Noll. Boah, Aris, ich wollte den nicht klauen, ne? Ich wollte den nicht klauen. Alles super. Alles super. Hat funktioniert. Lul. Wirklich. Ich bin so an deinem linken Urlaubchen vorbei mit der Kugel. Ja, ich hab's nicht hören. War gut. Ich hab den einfach gewallbankt, obwohl ich nicht mal wusste, wo der ist. Hallo? So. Weiter so. Weiter so. Sarah, wenn du kalt willst, musst du sagen, ne? Ne, ne, ich spiel weiter Majestros nicht. Oh, jetzt hast du alles, aber ich mag's. Okay. Ist wichtig, ist gut. Majestros ist gut. Ja, ich hab den drei erstes Majestros spielen. Immer wenn ich Majestros spiel, die haben immer Brava. Immer. Kann sein, dass die jetzt auch wieder Brava, also dass die jetzt Brava spielen. Ja, ne, ich geh weg von Mira, ich nehm Castle. Einmal Merch. Yep. Flippis, leider. Schlippis. Pink mit Spitze. Schön. Gerne. Na ja, eigentlich bevorzuge ich eher Blau mit Spitze. Hm. Hm. Die Mädels unterhalten sich mal wieder über Unterwäsche. Let's go. Super. Hä? Wollt ihr schon immer wüssten, was für Unterwäsche Peach am liebsten macht? Ne, ich trag gar nicht. Am liebsten Pink. Ah. Aber Hauptsache Spitze. Ja. Ah. Die Qualität ist wichtig. Spitze ist wichtig. Das kommt ein bisschen auf die Hose an, wenn ich hier zum Beispiel ein Kleid trage oder sowas. Ähm. Muss man ja manchmal auch, äh, nahtlos tragen und so, ne, wisst ihr? Unterhalten wir uns jetzt gerade wirklich ernsthaft überhaupt? Ja, tun wir. Okay, okay. Sorry. Alles gut. Lass dein Gefühl freien Lauf. So. Hier pack ich ein bisschen Starrenraut hin. Ich glaub ich mach Mudroom oben zu. Ah ja, die werden jetzt breachen. Breach geht auf. Ich kotze. Ja, okay. Ne, Breach kann aufgehen. Vollspeed. Ich crosse. Ja, linke Seite und rechte Seite. Bin tot. Ab, äh, verkackt. Die OSA ist auf jeden Fall outside Breach. Ey, Karamba. Jemanden, die kann... Ja, ich seh sie. Hab nicht getroffen, Alter. Ich kotze ab. Aris. Äh, wenn du schnell bist... Outside Irvi. Wie sie da... Wie die Geier gerade rankommen, Alter. Einmal Karli. Okay. OSA Breach. Aber die ist aber auch ein bisschen überfordert. Wie springe ich da jetzt am besten rein? Hm. Ja, die hat... Die hat... Kittycam. Ist jetzt hinterm Schneemobil. Und der andere steht outside auf der linken Seite hinten. OSA ist, äh... OSA ist, äh... Ja, solcher Schild. Das ist ein Problem. Tatsächlich noch schräger. Ich bin gespottet. Feuert er da Feuer hin? Ich bin gespottet. Ich bin gespottet. Die ist oben. Wo werde ich denn gespottet? Die ist Mainstairs. Mainstairs. Nice. Sehr schön. Richtig. Nicht weiter pieken. Warten. Der OSA geht mir noch auf dem Senkel. Ja... Einfach nicht Lucky Lucky machen. Einfach warten. Mainstairs glaub ich, oder? Mhm. Klingt wie Mainstairs. Ja, ja. Stacheldraht ist oben gewesen. Ne, oder unten. Kann auch sein, dass es unten weggemacht wurde. Die gehen an der Müllkonne wahrscheinlich planten. Du kannst hier nur sprayen. Ja. Du musst... Ja! Jaaa... Ash war draußen noch. Nö. Doch, er ist injured. Wie injured? Nein! Eben nicht! Aber... Da hat eine Kugel getroffen. Jaja, er hat sie jetzt getroffen. Unglaublich, was? Ja, ich schick's auch nicht. Ach, Digga. Ich schick's nicht. Ey, das nächste Mal wird wieder OSA rausgebannt, sag ich. Hey! Kannst nicht mein Main rausbannen. Und wieder die Ash. Scheißegal, die dreckst Kari mit dem blöden Schild. Woah... first... Geh... Washington... L songs! Ich hab Impact geworfen, unser schild steht immer noch. Wisst mich... Maestro hat ja jetzt nicht so gut funktioniert. Ich nehme jetzt mal Tuberau. Tachanka wäre auch, glaube ich, cool. Oh, Tachanka kann ich gar nicht umgehen. Willst du Kite, dann nehme ich Tachanka. Okay, dann machen wir es schon. Kann man Jäger bekommen? Was? Jäger. Es ist zu spät. Jetzt ist es zu spät. Oh, ein Dreck. Oh nein, wir haben da einen Forst. Oh? Wo? Wem gebe ich jetzt den Kopf? Aris, machst du Hedge? Ja, wahrscheinlich war es jetzt wieder ich, klar. Wer hat die Wand platziert? Ich nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war es doch ich. Ich habe keine Wand platziert. Okay, ich weiß halt nicht, wo... Was ist jetzt mit der Wand hier? Nein. Oh Mann. Ja. Noeim. Was ist mit der hier? Lass die dann offen. Du musst mir doch deine Strats verraten, Bruder. Nein, nein. Du weißt doch, wo das Mira-Window hingehört. Plötzlich habe ich auf dem Schirm gehabt, dass wir eine Mira haben. Geht ja nur oben ganz links. Ne, ne. Dann halt nicht auf der Seite Reinforcen. Das funktioniert. Mann, ich will doch den nicht in die Tür stellen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht! Das Spiel sagt Nö. Red Claw ist weg. Ja, guck mal. Sehr schön. Oh. Breach denied? Oder ver... Ne, ne. Vereist. Ich bin jetzt hier gerade in den Cams auch, ne? Ja, ja, ja. Mach noch ein, mach noch ein, mach noch ein. Oben dran, oben. Ich hoffe, dass wenn ich das jetzt... Nee, ne. Ah, das war zu weit weg. Scheiße. Oh mein Gott. Wer ist oben? Ich geh jetzt auch wo. Ich geh jetzt auch wo. Ich geh über bar. Okay. Okay. Du ist gone. Nein. Da ist noch ein... Wird noch einer oben sein, Guys. Ja. Links von die Ares. Ja, ja. Er muss kommen. Ich hab 10 HP. Ja, er ist hart. Er ist, ähm... Er hat ordentlich Hits. Ja, zieh dich einfach zurück. Er muss doch kommen. Ja. Er hat ordentlich Hits. Äh, drohen glaube ich gerade rein. Oh, Ash. Beach ist offen. Beach ist drin. Beach ist drin. Ash. Hinter einem Mülltonnen. Ja, ich komm. Ich komm. Warte, ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Feuern. Ich kann feuern. Nice. Oh, Elf voll. Nicht durch. Er ist out. Outside wieder? Nein! Inside! Twitch! In dem kleinen Raum jetzt! Stock, äh... Connector. Denk, ich hab, der liegt. Oder hockt. Du trägst Kachi! Rechts. Rechts. Oh, du trägst Kachi! Ich war drauf, Mann! Schau mal, linke Seite, 15 AP! Ach, Ficken, ey! Nein! Injured. Gut. Scheiße! Das hättest du weglassen müssen. Ja, ich weiß. Schade. 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 Schade! Richtig, Spawn-Guy! Äh, ne. Kill-Guy ist ruhig. Und dann, oh mein Gott! Und dann feedback dennoch! Mhm! Okay, Verlängerung! Hallo! Ich hatte innerlich ein bisschen Schiss, dass der auch auf der linken Seite ist. Und ich Angst hatte, dass der den da wieder hoch... Ich hab mich da aus Versehen hingelegt, während der Fuse über mich gefust hat. Hm... Profi. Hm... So dezent. ist die naheste vermutung die ich stellen kann obwohl unten haben sie glaube ich mein hat die runden gewonnen klein cappuccino das war ein großer besser oben und du sag mal genießt es doch einfach mal der hat sieben euro gekostet ja hat auch weniger euro kaputt geschmeckt war geil ich hab ein bisschen schneller genossen hallo mein gott wenn es meine schwester fährt ich hab ja auch neulich acht sechs genau vor allem die drohnen einfach so ein gesicht bei dir guckt mir so an wenn man so schwingt und so weg schön schön ja ich werde iq spielen gegen puls oder so irgendjemand der kameras wahrscheinlich hat der kleine foto naja mensch no aim warte waren die unten oder oben oben okay sag mal tut mir leid ich habe gerade noch was denn hier läuft keiner rum die karte gehört uns hier ist noch einer die muss weg die krone von mir gehabt auf einer ist irgendwie top fireplace glaube ich ich meine ich höre die steps da liegst du hier schon kaputt library optimiere wenn ich drohen mal rein unten ist hier in der ecke ist hier in der ecke ach leck mich doch sentry liegt 25 hp da bei der haare voll liegt immer noch was macht meine fresse geht mir der ane auf den sack junge ja die aroni war auch hier bei mir ja da ist der auch noch hängt die mama auf auf dem boden weg dich ich wollte die kern noch weg machen oh guck mal wie die sich hingelegt hat ja ich wurde gerade noch injured weil ich in den schnacheldraht reingefallen bin läuft bei dir mit 5 hp so was machen wir nach oben oder äh ja haben wir besser gespielt glaube ich ja ich nehme nochmal ja die werden jetzt braver willst du kai ne ne alles gut die werden jetzt wirklich braver spielen ja ja hm hm rechnen die mit frog boah dann kann ich auch eigentlich wenn die wieder vor so einen pass plant dann äh boah ja ich glaube schon worden onsite kann richtig böse schmerzen hm nein 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 ja ja macht ihr das mal da alles gut bevor ihr wieder nicht zufrieden seid hm auch jemand ein schild oder so irgendwo hm ja 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 du hast eine shotgun ne frost ja alles so ich hab leider keine ich hab eine ninja noodle fox herkommen ja lass mir noch im bad war ja äh ach du bist ähm hier in die tür hier in die tür ok ja so wie es passt so wie es passt das ist okay ach so ich dachte ne ne ja genau ok genau ok passt du äh so dass wir passen dankeschön mach mal vom big library window da brauchst du einen schluss bei der wand soll ich hier noch headhulls machen eigentlich ja bitte ach DG Leute bitte shit danke Sarah gerne ja das sind sie auch schild schild ja die osa Leute bitte Solar Solarwindow 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 mhm ja Monty ist drin Monty äh Termite ist drin ist oben ist oben Termite weg sehr schön auch weg die letzten beiden sind am Breach die letzten beiden sind am Breach die letzten beiden sind am Breach oh ja oh ja Smoke ja bitte wie am Breach outside oder was Berkeley ja Monty ey ich mag sein Schild nicht Ruhe bitte ich weiß nicht wo das ist das Problem alles gut nicht peaken ich weiß ja nicht mal wo die sind hier Balkonien ah Balkonien Balkonien ja dann bleib ich hier bitte was Pinker ist auch da ok alter ich bin zu doof ich will nicht peaken ich will es aber aufmachen passt da auf bitte im Idealfall kommen sie gar nicht erst rein Fireplace Cam ist jemand drin ne ja ich 50 Bomben zum planten ich bin bei dir ich bin bei dir ist nur noch einer ja 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 alter was eine Scheiße den Schwein mal das Schild wegschlagen können ja 14-3 alter ein Kuss auf deine Stirn 14-3 das war ja mal eine richtig geile Gala-Vorstellung von unserer lieben Pilschwein wenn es euch gefallen hat würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung vorhin ganz wichtig Video mit Schraubung abstecken dort findet ihr die die Kanäle der lieben Pilschwein verlinkt gerne abstecken bis ihr Liebe da lassen ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage ÖBEDÖ und noch einen wunderschönen Tag haut rein machs gut und tschau tschüss 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 tschüss